Herzlich willkommen an der Jakob Friedrich Schöllkopf Schule. Mein Name ist Johannes Barken. Ich bin der Abteilungsleiter für das Wirtschaftsgymnasium und ich möchte in diesem kurzen Filmchen erläutern, warum sind wir besonders? Warum leben wir Schule? Warum heißt bei uns das Motto Lust auf Abitur mit Profil? Ich möchte es an verschiedenen Beispielen deutlich machen. Wir sind zukunftsorientiert und innovativ, individuell und vielfältig und wir sind international und weltoffen. Schöne Überschriften, aber was steckt dahinter? Warum sind wir international und weltoffen? International und weltoffen sind wir deswegen, weil wir regelmäßige Austauschprogramme anbieten, zum Beispiel mit USA und Israel. Darüber hinaus haben wir aber auch das Erasmusprogramm an der Schule, wo sich Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Ländern zu einem Thema organisieren, dieses Thema aus Gesellschaft, Politik oder auch zu Klimathemen bearbeiten und sich dann eben auch in den Arbeitsphasen gegenseitig in den Ländern besuchen. Und Schülerinnen und Schüler, die daran mal teilgenommen haben, das sind dann auch kleine Gruppen, die verreisen, die schwärmen eigentlich von diesem Erlebnis. Außerdem sind wir international und weltoffen, weil wir mit dem Fach Internationale Wirtschaft ein Profil anbieten, in dem ein Teil des Fachunterrichts auf Englisch stattfindet. Das ist deswegen interessant, weil man hier die Chance hat, die Scheu abzulegen, einfach zu einem sachlichen Inhalt auch in der Fremdsprache zu sprechen, ohne dass der Schwerpunkt auf der sprachlichen Richtigkeit liegt. Das heißt, man gewöhnt sich eigentlich an diese Selbstverständlichkeit, wirtschaftliche Themen auf Englisch darzustellen. Darüber hinaus haben wir in allen Profilen des Wahlfach Global Studies. Das ist dann auch immer eng mit dem Erasmus-Projekt verknüpft und hier werden eben Themen aus Politik und Gesellschaft mit globaler Perspektive auch bilingual bearbeitet. Am Ende der Jahrgangsstufe 1 findet dann immer die Studienfahrt statt, auch hier mit einem Projektkonzept, nicht ins Blaue hinein, sondern wohl überlegt. Warum sind wir zukunftsorientiert und innovativ? In allen Klassenzimmern haben wir eine moderne Medienausstattung. Dokumentenkamera, Beamer, PC, das gehört für uns eigentlich alles selbstverständlich dazu. Wir statten immer eine Klasse mit Tablets aus. Die Schülerinnen und Schüler haben diese Tablets in der Schule zu Hause für drei Jahre kostenfrei zur Verfügung. Sie werden eingeführt in das Benutzen des Tablets, da ist ein Stift dabei, sodass ich auch das klassische Schreiben machen kann. Und wenn ich nicht will, darf ich natürlich auch mal auf Papier schreiben. Aber diese Tablets, die ermöglichen einen modernen und differenzierten Unterricht. Wer in die Tablet-Klasse möchte, gibt es im Laufe des Bewerbungsverfahrens einfach an. Darüber hinaus bieten wir im gesamten Schulhaus freies WLAN. Das ist natürlich zum einen für unsere Schülerinnen und Schüler attraktiv, aber es ermöglicht eben auch, relativ schnell mal eine Recherche im Unterricht zu machen, mal das für Kleinigkeiten einzubauen und so eben auch einen attraktiven Unterricht zu machen. Warum sind wir noch zukunftsorientiert und innovativ? Wir bieten das Wahlfach Wirtschaftsinformatik an. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung in aller Munde, das heißt, das ist ein Bereich mit sehr guten Zukunftsperspektiven, wo sich unsere Schülerinnen und Schüler vertiefen können. Darüber hinaus wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler auch begleiten im Anschluss an das Abitur. Das heißt, die Überlegung, was mache ich danach? Wir haben viele Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung, auch individuelle Beratung bei uns im Haus, sodass wir nicht sagen, wir denken nur bis zum Abitur, sondern wir denken auch darüber hinaus und versuchen unseren Schülerinnen und Schülern bei dieser Entscheidung zu begleiten. Wir legen sehr viel Wert auf selbstorganisierte und individuelle Lernphasen. Zum einen, weil das eben ein differenziertes Lernen ermöglicht, aber auch schon im Hinblick auf das verstärkte selbstständige Lernen, das selbstständige Organisieren im Rahmen eines möglichen Studiums. Individuell und vielfältig sind wir deswegen, weil jede Schülerin, jeder Schüler im ersten Jahr durch eine Coaching-Lehrkraft gecoacht wird, betreut wird, Gespräche geführt werden, Erfolge besprochen werden, vielleicht auch Misserfolge gesprochen werden und die Überlegung, wie gehe ich damit um und was für Ziele setze ich mir. Es kann um Noten gehen, muss aber nicht. Es gibt auch viele andere Themen, die Coach und Schülerinnen oder Schüler dann besprechen können. Wir bieten das Tutorenprogramm an. Hier ist es so, dass leistungsstarke Schülerinnen und Schüler Nachhilfe geben für schwächere Schülerinnen und Schüler und es wird durch den Förderverein organisiert, damit da eben eine Transparenz da ist. Das findet in Kleingruppen statt und da der Förderverein das bezuschusst, ist es auch sehr erschwinglich. Und wir haben natürlich zu Beginn der Eingangsklasse unsere Schnuppertage. Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler sich kennenlernen, dass sie sich wohlfühlen bei uns und deshalb gehen sie zu Beginn der Eingangsklasse erst mal auf eine Hütte, üblicherweise auf der Schwäbischen Alb, verbringen dort einige Tage, kochen gemeinsam, spielen gemeinsam, lernen sich kennen. Das ist wichtig für das gute Klima in der Klasse und dazu wollen wir beitragen. Darüber hinaus haben wir am Wirtschaftsgymnasium vielfältige AGs. Wir bieten zum Beispiel die Schülerzeitung an, die mehrfach ausgezeichnet wurde, aber auch die AG Wirtschaft. Wer sagt, von Wirtschaft kann ich nicht genug kriegen. Wir bieten das Jabulani Sozialprojekt. Dort werden Dörfer und Schulen in Südafrika unterstützt und die Schülerinnen und Schüler engagieren sich dafür, aber auch eine Schulband. Und wer es sportlich macht, möchte eine Volleyball AG. Das heißt viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten sich außerhalb des Unterrichts zu engagieren. Ein ganz wichtiger Punkt in unserem Schulleben ist die Bibliothek. Es ist mehr als die Bibliothek. Es ist ein sozialer Ort in unserem Schulleben. Es steht allen Schülerinnen und Schülern offen. Neben der Sach- und Fachliteratur gibt es hier vielleicht auch das ein oder andere Angebot, was die Schülerinnen und Schüler so richtig in die Bibliothek lockt. Und wir sind sehr froh, dass wir professionelle Bibliothekare haben, die das in Vollzeit betreuen. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, ich konnte kurz näher bringen, warum wir ein Abitur mit Profil bieten und warum auf uns das Motto zutrifft, wir leben Schule. Vielen Dank.